ist diese bringt der Wofi auch Geld das schon mal super die Mutti muss ein Arbeiten, Dings malt, ich bin in der Schule arbeiten muss ich jetzt nicht, oder? Nö, das ist super, dann kann ich oben vielleicht noch ein bisschen trainieren das ist schön so, dann kann der mit Lissi ein bisschen freundlich Kontaktknüpfen freundlich anschmiegen freundlich beschnüffeln dann können sie spielen und rumblödeln so dann haben sie ihre soziale Interaktivität auch schon getan obwohl das eigentlich auch schon ganz gut aussieht mit Lissi irgendwo das krieg ich heute glaube ich noch hin oh schon mit 2145 alter was ist das denn oh hm alter was ist das das ist die teuerste Karre die es gibt alter ach ja ja natürlich die fährt mit der teuersten Karre die es gibt zur Arbeit ja mein gut die verdient ja auch genug hahaha Mutti Fall vom Stuhl hat soeben eine Runde in einen Wagen gedreht der mindestens 40.000 Simoleons wert war so ein schönes Gefühl vergisst man nie joa wenn der 105.000 kostet ich mein ich frage mich vermutlich fährt einer an der Stuhl ne hatte ich doch schon jetzt doch schon wieder so ich bin jetzt zuhause mach ich denn jetzt ehhhhhhhhh nein Tauzin ne ja kann ich mal spielen auf jeden Fall oder er kann auch mal die neun in die neun in die neun Spockwerk gehen bisschen trainieren einfach hoffen dass sie ganz schnell hier aussieht Gewichte stemmen auf jeden Fall so Lisi rumblüten genau ähm Jo Freund das schon mal super jetzt schnappt der Rex dem dem rumpel die Freundin weg armer armer rumpel aber wenn das nicht geht dann tut es mir leid dann muss ich mir einfach so muss ich mir so helfen warum gibt es eigentlich diese Zäune hier kann man die nicht auch noch verkaufen oder so ne kann man nicht das ist ja blöd na gut weil Geld mäßig ist das ja nicht mehr so na gut wir haben ja tausend aber ich mein das ist ja auch nicht so viel könnte ich grad mal noch die Rechnung zahlen denn falls wieder eine kommt ähm aber wir noch zwei Wufis zu krieg oder Welpe oder so ich mein das ist schwierig dann weil lange dauert es nicht mehr ja beste Freund ja wär super 750 wie lange nicht rumblöden nein Mutis arbeiten der malt müsste eigentlich mal auf Klo und ich meine auch so ein gewichtes stemmen passt zur Farbe die Hose das ist ja super inher hmmm х manche sind jetzt trainierne bloß um ein paar von überflStadengephunde loszu werden noch an Schüttelrand einigermaßen gut zu machen. Für andere sind Fitness und Gesundheit das Wichtigste überhaupt. Es ist halt eine gute Sportausrüstung zu investieren. Das mache ich ja auch. Rondix hat jetzt auch die Option, schweißfrei zu trainieren. Das ist super. Grundhandgebiet Athletik gegriffen. Alter, der levelt ja gleich wieder. Das ist ja toll. Dann gehen wir hier runter. Mit dem Malen müsste der Opa wieder fertig sein. Ich höre Lissi und Rex nicht mehr. Machen die noch was? Nee. Lissi, Rex. Hier soll noch ein bisschen interagieren. Sind ja nicht schon Freunde, Beste? Nee, ne? Nicht ganz. Freundlich anschmiegen. Freundlich geschnüffeln. Freundlich Kontaktknüpfen. Spielen. Rumpeln. So. Jo, das ist ja ganz gut. Arf, 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 arf. Was ist mit dem Mutti los? Der ist bald fertig. Bis Ermüdung trainieren. Das dauert ja nicht ganz so lange. Also, der ist bald fertig. Jo, Joggen gehen. Das kannst du vergessen. Kannst gleich Wochenende machen. Jo, dann kann ich mich ja nur auf Dings zentrieren, weil die anderen ja noch beschäftigt sind. Das ist super. Klick, wo ein Frontex hat, für die Fähigkeit Athletik ebenso Level 2 erreicht. Das ist schon mal super. Äh, was? Achso. Äh, ja. Er hat mich jetzt gewundert. Arf, 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 arf. Arf, 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 arf. Ach, der ist schon wieder Bild fertig. Das ist ja super. 410, das ist ja... Alter, sind die schnell? Naja, gut, das war mittelgroß. Ich meine, das ist ja nicht so ein großer Akt. Was zur Hölle ist das? Eine brennende nackte Olle. Okay. Das hier füllen meine Fantasien manchmal. Betitten. Nackte Olle. So. So. Dann wieder auch schon wieder abends, wa? Alter. Das ist ja toll. W-w-w-w-was. Wo sind die denn schon wieder? Oh. Und nicht anschmiegen. Freundlich. Kontaktknüpfen. Alter. Spielen. So. So. Haben die das auch mal gemacht. Weil bald wird das ja wohl so weit sein, dass die das auch hören. Ähm. Ähm. I. Natürlich. Was geht? Nein. Selbstreinigend machen. Nein. Kannst du mal putzen, ja. Bett machen kannst du auch. Säuberndes Makellus. Schrei nicht rum, Alter. Du kannst das doch reparieren. Was geht? Ja, die sind beste Freunde. Das ist ja super. Der müsste ja ganz hoch sein. Ja, müsste ganz hoch sein. Ach so, heute auch nie mehr lange. Ein Tag noch mit allen Tierschmielen. Ach so, ich muss ja arbeiten. Halt! Wieder zurück. Reparieren. Das wirst du ja wohl in... In der Minute wirst du das ja wohl schon kriegen. Na? Alter, geht das schnell. Zieh jetzt mal rein. Alter. Handwerker halt, ne? Zack, ist es repariert. Alter. Danach kann er die Pfütze mal aufwischen. Das ist alles super. Ähm, Papa, Falschmenschule, hat Schrauben schon zur Hand zusammen. Ach, das Kappen kennen wir doch alles. Dass sie es mal sagen müssen, einfach. So, danach kann er die Pfütze mal aufwischen. Aufwischen. Dann kann er das Bett machen. Und dann geht er da. Und dann kann er mal runter was essen. Wem was war hier noch? Die ist ja auch bald fertig. Oh. Joa. Duschen, ne? Auf jeden Fall. Und dann kann er runter. Ich weiß, dass du stinkst. Geh runter und dusche. Äh, oder geh duschen. Einfach. Bis hier. Sieh, ich bin der Erste, der die Dusche oben benutzt. Hi. Die müssten beide, glaube ich, mal was futtern, oder? Ja, Rex muss auf jeden Fall was essen und ein bisschen rumkauen. Auf jeden Fall. Hm. Ähm, was essen auf jeden Fall. So. Die Lissi, die kann das auch machen. Die kann eigentlich auch dasselbe machen. So. So. Jetzt mal wieder ein bisschen wieder ran. Das sieht auch eigentlich super aus, das Häuschen. Äh, Häuschen. Ja, ne Villa, ey. Ganz ehrlich. So, Modi, die ist arbeiten. Die fährt auch nach Hause gerade. Jetzt beim Bett machen. Das ist schon mal super. 1114. Das ist schon mal super. Kannst du mal was feistes speisen? Oder es kann auch was kochen, wenn die nach Hause kommen. Heute ist eine Menge Essen übrig geblieben und die Scher... Okay. Ja, das ist ja... Ja, super. Brauche ich ja nichts machen, ne? Oder brauche ich das nichts machen. Auf jeden Fall. Ähm, dann werde ich mal... Oh, die muss ja auch was essen. Jo. Ähm. Jo. Dann... Lecker. Naja. Lecker. Ja, den kann sie auch mal... Weiß ich nicht. Wann sie auch mal was essen, ne? All dem auch was essen. Oh. Wann dusche ich denn überhaupt? Was geht? Ich soll duschen, Alter. Oh. Bin ich blöd. Ich hab ne Tür vergessen. Alter. Alter. Hattest du gleich die Tür vergessen, ey. Mh. Mega fail. Ähm. Gut. Dann mach ich das doch. Alter. Das ist doch blöd. Das ist doch blöd. Aber gut. Fails können passieren. Auf jeden Fall. Auch bei Sims. So. Jetzt kannst du aber... Du kannst aber duschen. Auf jeden Fall. Was? Tierbaden. Ne. Wieso Tierbaden? Sting wieder ein? Angespannt. Warum? Waaah. Futter fressen. Die Argenfähigkeit erreichen. Andern Tierspielen. Hat der doch. Gerade. Na gut. Kaufspielzeug. Metall. Steinsblöße. Metall ist besser. Dann meint das noch. Ja. Solange er noch frisst und nachher aufhört, dann hat er ja nicht den Fähigkeiten. Juhu. So, Lissi. Dann kau doch mal ein bisschen rum einfach. Und du auch. Wär super. Ja. Mach ich übrigens nie unter der Dusche sehen. Ich dusche einfach und dann... Hör auf zu lachen, geh essen. So. Rest essen. Joa, haust du mal Steak rein. Der Papa Sozial ist ziemlich down. Ähm... Was kann er denn machen? Der kann vielleicht jemanden anrufen. Handy. Zimmern rufen. Klaugern. Ähm... Alma. Ja, rede mal mit Alma einfach. Mit Alma reden ist immer gut. Geht Sozial wieder nach oben. Hat einer geklingelt eben? War schon wieder Nachbar, ne? Äh... Da haben wir wieder 2300. Joa, das sieht gut auch schon wieder an. Dann könnte man sicher eigentlich ein Dartboard da hineinzimmern einfach. Weil dafür habe ich die Wand ja freigelassen, dass wir da ein paar Dartboard ranzimmern können einfach. Bei der eine wurde sicher ein Dartboard krumm. Ja, das sieht gut aus. Da ist ja.